Guten Morgen, Kinder! Guten Morgen! Und, ist alles klar bei euch? Ja! Ja? Mhm. Ihr seid gut drauf, oder? Ja, es war halt schön. Ja, dann üben wir auch mal gleich. Wir fangen auch gleich an. Ja? Okay. Ich sag's mal auf drei. Dann sind wir auch gleich los. Ja? Eins, zwei, drei. Weihnachtszeit, Freudezeit. Gott setzt uns auf die Erde mit Licht und Dunkelheit. Weihnachtszeit, Friedenszeit. Der Himmel ist in Gott und macht euch für Gott bereit. In einem kleinen Stall in Bethlehem, da ist das Wunder für die Welt geschehen. Der Heiland ist geboren, Ewigkeit durchbricht die Zeit. Das Licht der Welt zeigt uns den Weg aus Hoffnungslosigkeit. Weihnachtszeit, Freudezeit. Gott setzt uns auf die Erde mit Wind und Dunkelheit. Weihnachtszeit, Friedenszeit. Der Himmel ist in Gott und macht euch für Gott bereit. Die Hirten, sie erfuhren es sogleich. Die Engel sangen froh vom Gottesreich. Sie liefen hin zum Stall und kommt uns Gott so greifbar nah. Der Ritter Jesus Christus ist für alle Menschen da. Weihnachtszeit, Freudezeit. Gott setzt uns auf die Erde mit Licht und Dunkelheit. Weihnachtszeit, Friedenszeit. Der Himmel ist in Gott und macht euch für Gott bereit. Weihnachtszeit, Freudezeit. Der Himmel steht uns offen, Gott schenkt dir das neue Leben. Weihnachtszeit, Friedenszeit. Er lädt dich zu sich ein und will dir seinen Frieden geben. Er lädt dich zu sich ein und will dir seinen Frieden geben. Weihnachtszeit, Freudezeit. Gott setzt uns auf die Erde mit Licht und Dunkelheit. Weihnachtszeit, Friedenszeit. Der Himmel ist in Gott und macht euch für Gott bereit. Weihnachtszeit, Freudezeit. Gott setzt uns auf die Erde mit Licht und Dunkelheit. Weihnachtszeit, Friedenszeit. Der Himmel ist in Gott und macht euch für Gott bereit. Weihnachtszeit, Friedenszeit. Sehr gut.